Hallo und herzlich Willkommen zurück hier im RTL Nachtjournal Ruhalama Könntest du das bitte nochmal machen, ich habe es nicht aufgenommen Nein, kann ich nicht, aber ich kann dir das Sound falsch schicken, den kann ich auch leider nicht Jetzt komm schon, kriegst du meine Audiospur Komm, los, los, ok, 3, 2, 1 Hallo und herzlich Willkommen zurück hier bei einer neuen Ausgabe des RTL Nachtjournals Mein Name ist Peter Klöppel Barbara Elichmann Mein Name tut dir nichts zur Sache und ich bin explosiv oder so Ich bin unschuldig, mein Name ist Hase Kannst du ihn jetzt bitte mal ausreden lassen, du Ja, wirklich, also wir spielen zusammen Und mit dabei ist das Dralalalama Hallo Der Firefox Hallo Die Ziege Hi Der Krebs Deine Mama ist nicht hier Ja und ich so Deine Mutter ist im anderen Ja läuft doch, Hauptsache ich bin im Gewinnerteam Ich hasse sie alle Läuft Ich habe genau gesehen, wie du gedingst hast mit deiner Waffe da, mit dem Thriller Ja, dabei habe ich so mich getarnt Ja, auf alle Fälle sind alle dabei, wir sind alle wieder super motiviert motiviert. Wir spielen jetzt nicht schon seit zwei Stunden. Nehmen wir... Erfolgslos dann aufwarten, dass noch mehr Leute mitmachen können. Meint ihr, dass wenn das bei YouTube überscheint, Chloé sich das runterladen wird? Warum nicht? Ja, die mag doch so gerne Downloads momentan, oder? Downloads und Chloé ist doch eine... Achso, ja. Können so gut miteinander. Hey, Krabsi, du bist ein Arsch. Danke. Das war Ziel der Aussage. Bist so ein Arsch. Hey, Chloé. An dieser Stelle, falls du es siehst, lass ein Like da, ein Abo, einen Daumen nach oben. Das war halt schon nebenbei zu rauchen und lustig zu sein. Oh oh, hier schießt jemand auf mich. Gut, wo? Wir klären das auch. Haben wir eigentlich Detective, oder gibt's keinen? Ne, ne? Ne, ne, ist nicht. Glücklicherweise nicht. Kannst du vergessen. Dann kann das schon nicht mehr Chess werden, die dann zum Massenmörderin mutiert. Mörderdetektiv. Ja, das war nur McDonalds, weil sie keinen Burger gekriegt hat. Ja, also im Real Life jetzt, nicht beim Spiel. Ich finde das ein bisschen verdächtig. Die Person, die immer so über mich gelästert hat, ne? Was? Dass ich immer so schlechtes Karma hab, genannt Fire Fox. Achso, Moment. Das total schlechte Karma. Ich bin am Aufsteigen. Ich will ich sehen, das war noch schlimmer. Nein, ist er nicht. Wieso ist er es denn? Oh, erstmal auf und gucken, ob da ein bisschen am Tag passiert. PC ist es. Ne. Karma. Ich glaube ja, dass es FF ist. Nein. Quatsch. Denk an den Karma. Geht doch gar nicht. Überleg doch mal nach. Du hast nur noch das 700. Aber nicht mehr lange. Wenn du jemanden mit schlechten Karma tötest, wechseln sich die Seiten, ne? Genau. Dann komm auf die dunkle Seite des Karmas. Ich glaube ja, dass es ist. Nein. Wie kommt man denn hier nach oben? Ja, der beschuldigt einfach schon mal wild, Leute. Das ist mal sehr verdächtig. Ja, echt, ey. Moin. Hi Krabs. WTF. Darf ich mal durch? Natürlich. Dankeschön. Da sind wir hier unten, ne? Da bin ich heute gespawnt. Da komm ich auch nicht. Ach, da ist ein Ausgang hier. Was? Das? Achso, ja. Hier oder so. Hm. Wo ist denn eigentlich JJ? Hier so. Tot. Hier so. Bei Krabsch. JJ ist der Einzige, der sich abgesondert hat, ne? Ja. Hat eine Absonderung. Ich bin ja absonderlich. Der ist halt ganz B absondert. Krabs. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich bin doch gar nicht beide. Ich lauf doch von dem weg gerade. Ja, ist doch in Ordnung. Alter. Kann man ja mal machen. Aber Lama erschießt mich ruhig. Was? Ich hab JJ erschossen, weil ich dachte, er ist es, er ist es aber nicht. Schießt nicht auf mich, ich bin's nicht. Ja, ja. Hey. Firefox ist es. Ich werde jetzt hier das Crowbar in die Hand nehmen. Das ist das Crowbar der Liebe und der Unschuldigkeit. Und dann komm ich ganz langsam runtergeschlichen. Das Crowbar der Hiebe. Seht ihr's? Ich bin es nicht. Los, Kapps. Ihr könnt mir vertrauen. Ich seh' nix. Mach hin! Du warst so low! Ja, was denn? Ich. Verdammt. Ich dachte, wer ich das Firefox ist. Verdammt. Das hat jetzt mein Karma echt drunter. Ich war es nicht. Ja. Ich hab' dir gesagt, erschieß mich ruhig. Aber du hast mich ja nicht ausreden lassen. Erschieß ruhig denn nicht von Traitor. Das war jetzt nicht so klug von mir. Ich geb's ja zu. Ich bin ja auf meinem Turm. Hast wieder dich von deinen Gefühlen leiten lassen. Genau. Was? Welchen Gefühlen? Hm. Innocent. Traktor. Auch. Oh, ich bin im Hast-Modus. Wie geil. Was? Wieso das denn? Weiß nicht. Steht bei mir. Vielleicht hab' ich jetzt ja mal was. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich sehr... Der ist... Oh, die PC ist Traitor. Noch, wenn nicht. Ja. Ich bin im Hast-Modus. Ja, ja. Genau. Ich bin kein Traitor. Ich bin im Hast-Modus. Wir müssen es beeilen. Wir sind im Hast-Modus. Ich bin im Inner-Supply. Oh, bei mir ist... Ja, ja. Wir gucken jetzt zusammen runter. Wir schießen alle, die sich bewegen. Okay. Das ist gut. So, einfach stehen bleiben! Ja, da... Einen Warnschuss abfeuern schon mal. Warnfurz, ja. Mhm. Warnfurz ins Gesicht. In Your-Face, Bitch. Mhm. Wer lebt denn noch? Alle. Alle. Wirklich? Ah, nee, da ist jemand tot. Ää... Ja. Ja. Ah, da muss ich glaube ich hin. Wieso ist JJ tot? Verdammt. JJ ist tot. Wieso kann man keine Fernanalyse machen? Oh! Hier ist... Hier... Hat ihn aus! Ah! Firefox... Hat wild rumgeballert. FF, wie lebst du noch? Hm. Scheinbar nicht. Das heißt jetzt nur noch du... Und ich. Ja, dann weiß ich ja, dass du es bist. Hm. Wo bist du denn meine kleine Liebesziege? Ich habe aber schon relativ viel Leben verloren. Ist gar nicht so gut, glaube ich. Habe ich mir sagen lassen. Kleine Liebesziege, wo bist du? Unterwegs. Auf dem Weg zu mir? Wahrscheinlich eher nicht so. Wirst du etwa zu mir kommen? Nee. Ich habe ja Geschmack. Im Mund. Äh... Äh... Cola-Geschmack. Das ist so falsch alles. Ich kriege bestimmt wieder Albträume heute Nacht. Ja. Magst du nicht langsam mal kommen? Ich lasse mir Zeit mit sowas. Die Frauen stehen auf sowas. Aber wieso? Oh, das ist aber hier... Alter, hier gibt es viel zu viele Sachen, wo man runterfallen kann. Wieso fällst du runter? Ich kann keinen Jump'n'Run. Wo kletterst du denn rum? Auf Bergen. Ich bin eine Bergziege. Du bist eine Bergziege? Ich bin ein Sägeblatt. Das ist auch schön. Kann man mal machen. Wo bist du denn meine kleine Bergziege? Bergisch. Bergisch Klottbach. So. Kisi, wann hast du eigentlich Geburtstag? Im Dezember. Ach, das ist aber schade. Alles Gute Nachfindig. Dann musst du jetzt wohl noch ein Dreivierteljahr warten. Bis ich dir ein gutes Witzbuch schenken kann. Schade. Mhm. Bis zu, dann müssen wir noch ein bisschen mit Sparwitzen Vorlieben nehmen. Boah, ich finde die gut. Aber dann, dann kriegst du so ein richtig Gutes, weißt du. Äh. Eins mit vier von fünf Sternen von Amazon. Und das kostet mindestens 9,99. Ach, mal kämp' dich, geh mal pinkeln. Das lohnt sich ja dann. Hast du jetzt auch so ein Helikopter? Meinst du, der Helikopter ist da, um mich abzuholen? Wieso sprichst du denn nicht mehr mit mir? Das ist doch langweilig. Komm schon, Ziege. Ich möchte Liebe mit dir machen. Meine Bergziege. Ich möchte mich mit dir machen. Ich habe es noch gehört und dachte mir, jetzt nimmst du aber die Füße in die Hand. Und das hat leider nicht so richtig geklappt. Habe ich tatsächlich den Falschen verdächtigt? Ja. Das war voll lame, Pisi. Voll lame. Pisi war es nicht. Nee, JJ war es. Pisi war es nicht. Ja, ja. Deswegen habe ich auch nichts mehr gesagt. Der hat mich nachher weggeballert. Oh nein. Doch. Alter, was ist denn da passiert? Das war gut. Das war echt, ja. Ich habe sogar instinktiv, ich habe gar nicht mal gesehen, dass du das bist. Ich habe einfach drauf geballert, weil ich sehe, dass du halt so eine Traitor-Waffe in der Hand hast. Leider hat dann der zweite Schuss nicht mehr gesessen, weil ein Baum im Weg war. Das ist mein, mein Imba-Skill. Genau. Ich kann auch da eine Runde verpassen, ne? Baum-Man. Nö. Schreite zu Tat. Ja. So, unschuldig. Auf, Brahma folgt mir. Oh, ist hier die Wurst drin? Ja, Brahma geht wieder weg. Ii, hier ist Durchfall. Pisi? Ekelhaft, ja. Enten ist FF, pass mal ein bisschen auf. Ich glaube, das ist FF. Ja, du glaubst ja immer das Ekelste. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren kann, oder? Ja, ich stehe. Ich glaube, weil da schießmütig steht. Aber mal ganz ehrlich, Lama, warum versteckst du dich auf dem Klo? Ich fand das sehr lustig. Drama ist hier. Der zieht auf mich. Er starb, wie er gelebt hat. Beschissen. Ja. Oh. Er hat eine ganz komische Waffe in der Hand. Der zieht auf mich. Wer denn? Drama. Bestellinen hole ich mir. Oh Mann. Verdächtig, warm. Es macht so einfach keinen Spaß, wenn man immer verdächtigt wird. Ich gehe jetzt einfach. Ja, aber ist flambierbar. Da ist es hinterher. Aber ist es. Stille Ecke und dann ist da alles gut. So, besser. Habt ihr auch diesen Bug, dass das Fadenkreuz manchmal rot ist? Das hat eigentlich nur der Traitor. So. Oh, dann erschießt mich. Oh, hups. So ein Zufall haben wir auch. Okay. Inno's dann rückwärts. Wer kann es mir sagen? T-N-I-C-O-N-I. Inno's dann rückwärts. Drama? Inno's dann rückwärts? Leck mich. Drama ist es. Was soll denn die Scheiße schon wieder? Du hast mich beleidigt. Ich setze solche schwachen Marken, ey. Jetzt geht endlich weg. Lass mich in Ruhe. Firefox guckt mich ja an, durch seine Maske. Ja. Du mich auch. Durch deine. Oh, warte, warte, warte. Das war ein Unfall. Ich habe eine Taste auf meiner Maus gedrückt, die ich noch nie gedrückt habe. Damit schieße ich. Das war wirklich vorbei. Ich bin innocent. Das ist die linke Maustaste. Nee, die ist da drüber so. Das machst du eine. Weißte. Oh, fuck. Ey, toll. Ich habe bloß noch 5% Leben. Oh, die Tasse ist gut. Läuft bei dir, wa? Ja. Fuck. Hier ist Drama. Oh, jetzt lassen wir doch endlich mal einen Frieden. Nee, der war im Traitor-Shop. Äh, ja, deshalb habe ich immer noch die gleiche Waffe in der Hand. Ja, genau. Weil du schnell gewechselt hast. Äh. Jetzt so ein Traitor-Shop. Hm. Also ich denke ja einfach, ich weiß, das ist wirklich. Jetzt so ein Traitor-Menü von Macis. Genauso. Traitor-Menü von Macis. Können nachher die McDonalds-Karten nochmal machen. Mit Babygun. Müssen wir das dann eigentlich als Product Placement kennzeichnen? Ich glaube nicht. Ich würde ja sagen, wir laufen Drama hinterher. Ja. Wer auf diesen Turm kommt. Ja, Drama. Das ist so widerlich. Lama. Wird sterben. Verstanden? Was für ein Turm? Oh. Du hattest überhaupt keine... Ich wollte mich bloß mehr... Ja, liebe Leute, das war dann die letzte Runde bei dir, Herr Tama. Und auf diese Scheiße habe ich keinen Bock mehr, ey. Keinen Bock mehr. So. Aber du musst auch mal ein guter Verlierer sein, auch wenn das auch teuer ist, aber... Zeug, zeug, zeug. Lama, bist du innocent? Ah, guck mal. Luhluhluhluhluhluhl horas. Bei Lama, bist du innocent? Musik, ich höre Musik. Eierich. Heierich. Was macht ihr denn? Wer ist da gestorben? Ich habe dich entdeckt. Du wirst wir durchs Fadenkreuz gelaufen. Was, da ist jemand hier stormt? Also, P Leo ist es da nicht. Telekinese-Tötung. Krebs? Drama? Bitte einmal melden. Ja, ich bin noch da. Ja, aber erschossen habe ich die nicht. Wo sind die denn überhaupt? Ich werde gegenseitig verdächtigt. Ja, aber erschossen habe ich sie nicht. Okay, also das ist Herr JJ-Dude. Lol, hier ist einer. Hä? Moment. This is the body of Sir Krabs, Innocent und wurde mit einer Shotgun erschossen und hier liegt eine Shotgun rum. Hm, das ist verdächtig, da die mal die Tatwaffe zurückgelassen. Kannst du auf Fingerabdrücke scannen? Ja, hier ist Herr JJ. Ja ja, aber es ist ja kein Detektiv da. Und wo ist Lama? und er sagt ja was klar was bei mir ja lebend oder glaube ich wieder alle zusammen nur krebs hat gesagt er ist er ist es ja weil ich das relativ oft sagen hallo wer ist das jetzt ja ausguckt wer ist denn da jetzt schon wieder tot das ist jetzt ungünstig ich bin besser als als drama warte 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 ich mach mal hier so ein typisches lama wer hier auf diesen auf diesem auf diesem auf diesem auf diesem turm kommt der der wird erschossen auf diesem turm kommt los ich glaube dass es krebs ist ich glaube dass es nicht irgendjemand ist der jetzt doch nicht alter! lama schießt auf mich! was? lama schießt auf mich! bleib drin pisi, bleib drin pisi, es ist krebsi beschütze mich warte nun, wer ist denn das jetzt? hallo? pisi, es ist! äh nein, warte nun, also es ist drama okay tatsächlich nicht, okay, lama ist es auch nicht okay, dann ist das pisi nee, weil bei mir unschuldig unten links steht genau, man steht innocent nee unschuldig ich hab's ja auf deutsch, aua! ah, fehlt noch einer hm, wer denn? wer fehlt denn noch? Wer macht denn die Geräusche? Herr Jotjot macht die. So wieder. Boah, das knistert. Aua. Hallo? 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 Ich hätte gerne Wasser magen. Ah, nicht auf mich! Ich find's nicht! Was? Oh, fuck. Sehr schön. Wie hast du dich gerade eben als Pisi verkleidet? Wie ging das denn? Ja, ein Identity Swapper. Mhm. Scheiße, ich hätte eh noch spielen müssen. Ich konnte mir die Dings nicht mehr holen. Die Nukes. Ja, nicht schlecht. Aber ich sehe, wir haben gerade ein Map Pixel. Und 20 Minuten. Wir werden die Folge an der jetzten Stelle beenden. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mit V. Tschüss.